Mein Name ist Uwe Oehlmüller. Ich bin 55 Jahre alt. Ich arbeite bei der Firma KeaGen in Hilden in der Nähe von Düsseldorf. Dort leite ich innerhalb des Geschäftsbereichs molekulare Diagnostik, das Technologiezentrum für diagnostische Probenaufarbeitung. Die Molekularbiologie ist eine junge Disziplin. Sehr typisch für junge Disziplinen ist es, dass die verschiedenen Labore das alles unterschiedlich durchführen in den Arbeitsabläufen. Das war auch die Situation vor der Standardisierung. Man weiß aus Studien, dass die Pränalytik etwa 50 bis 70 Prozent beiträgt zu allen Fehlern, die in diesen Analysen auftreten. In anderen Worten, wenn das die höchste Fehlerquelle ist, ist es auch der größte Hebel, um molekulare Analysen inklusive Diagnostik zu verbessern. Wir haben ein Konsortium gebildet, das aus 16 europäischen Partnern aus elf europäischen Ländern bestanden hat. Innerhalb dieses Konsortiums haben wir die Standardisierungsaktivität auf den Weg gebracht. Innerhalb des Europäischen Komitees für Standardisierung SEN und dort diese Standards entwickelt über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren. Die Vorteile dieser Standards liegen in verschiedenen Ebenen. Zum einen in der Reduktion der Fehlerrate in der molekularen Diagnostik und damit auch in der Reduktion von Milliarden unnötigen Ausgaben im Gesundheitssystem. Das gilt auch für die Forschung in der Pharmaindustrie und Akademie. Ich wünsche mir, dass diese Standards sehr breite Anwendungen finden, beim Arzt, bei Transportunternehmen, in dem Diagnostiklabor und damit Patienten und der Forschung sehr nutzen werden. Beutelung in